mollet ich grüße euch zurück zu einem weiteren part unseres als place dragon ball sparking zero wir sind hier gerade ein kampf gegen vegeta gegen den wehrafen vegeta und er macht uns ziemlich die hölle heißt meine strategie ist so ein bisschen auf fernkampf zu gehen allerdings tot manchmal ganz schön schnell auf und das müssen wir versuchen irgendwie beizukommen und ja ich könnte schwierigkeitsgrad senken aber das möchte ich nicht wir machen weiter und hoffen dass wir diesmal den sieg holen können weiter wir starten den kampf hier und da kommt direkt mit einer ulti arme ist es auch block modus gewesen was das hat getroffen okay hey wieso habe ich jetzt nicht abgeschossen recht ja dieser konter angriff ist so ekelhaft was nicht oh der hat uns gilt wo er sich direkt hoch pusht und das ist ja eklig ach komm ich hätte gern mal so ein key duel gehabt schade dass es aber auch nicht durch dinge ins geht oh nein oh 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 okay das hat er geblockt das hat er sehr schnell geschalten hier okay es wird nicht einfach aber gut was ist hier schon einfach ich werde sowas gleich wieder sterben wow oh oh schön dass er auf mich wartet oh nein was was ok alter das ist brutal Boah, vielleicht mache ich doch irgendwie mal auf einfach. Keine Ahnung. Ich bin noch nicht so fit mit der Steuerung. Boah, Alter, wenn er so angestoßen kommt. Okay. Was? Ich habe mir an ihr Haar reingeklatscht. Ach man. Ja, das liegt wahrscheinlich an dem Controller drin, den ich auch habe. Au, au, au. Au. Controller Drift, dieses Game? Oh, das wird brutal. Vor allem, weil Steuerung genau mit dem linken Stick auch diverse Angriffe getätigt werden. Wenn ihr so links schaut, ja, ich muss linken Stick hoch und dann Dreieck zum Beispiel drücken. Und wenn dann der Drift sagt, ja, ich muss gerade mal lenken, kommt plötzlich eine ganz andere Attacke rein, als ich eigentlich will. Das ist sehr unangenehm. Wo wir gerne hin? Oh man, ey. Oh, warte mal. Ich kann Dingens nicht einsetzen? Oh. Das wusste ich gar nicht. Oh, das ist ja mies. Oh, ich wollte jetzt eigentlich meine Ulti einsetzen, aber ich kann das gerade gar nicht. Oh, ich habe Sonnenfaust eingesetzt. Das war ja nicht mit dem Drift. Manchmal kommen dann solche Schwachsinseingaben. Au. Knack. Weg. Einfach wegschmeißen. 50 Mal kam mir mehr aus. Okay, cool. Erfahrung plus. Ja, ich lerne. Ich lerne. Okay, langsam wird dieses Bild irgendwie zur Gewohnheit, habe ich das Gefühl. Nicht gut. Und wenn ich bedenke, was noch an schwere Dinger auf mich zukommen. Alter. So. Ich habe Dingens. Ich sehe nicht. Ich sehe nicht. Oh, Alter. Okay, das geht nur auf Nahkampf. Alles klar. Ich meine, ja gut, macht auch Sinn. Ah, der ist blockter. Man kommt aber auch nicht anders an den dran, ne? Man muss schon mit einem Fernkampf auf den reinprügeln. Jetzt kommt der Quatsch. Ob was? Wieso nach hinten? Mein Controller ist so im Eimer. Ah. Frech. Frech. Alter, hab ich grad getreten. Wie wär's mit fliegen? Alter. Hallo, Steuerung. Steuerung sagt jetzt gerade komplett nein. Komm. Das kann ja nicht sein. Alter, als ob er das blockt. Ah, schon wieder das Falsche. Der Drift, ey. Ich sag's euch, das liegt an Drift. Es ist ja ziemlich eindeutig, was man hier machen soll. Als ob er das aus der nächsten Nähe geblockt bekommen hat. Das hat nicht gewirkt. Dabei war das im Anime. Also mindestens im Anime. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt auch im Manga war. Super effektiv, wenn er so nah dran war. Oh, nicht gut. Alter, sein Angriff ist einfach mal schneller als meiner. Das blockiert er. Okay, das macht keinen Sinn. Weil wie gesagt, im Anime war das absolut key. Ja, super. Da, wie schnell er blockt. Au. Okay. Jetzt wird's lächerlich. Jetzt wird's lächerlich. Vor allem finde ich das total unfair. Ich muss versuchen, ihn auf Abstand zu halten. Was alles andere als leicht ist. Und angreifen, nachdem er seinen Strahl eingesetzt hat. Das ist eigentlich der Way to go. Und dann auch gar nicht groß auf Auflagen gehen, sondern gleich abschießen. Sehr gut. Ja, das ist der Way to go. Okay. Das heißt natürlich weiterhin ein bisschen auf Ged... Aua. Auf Geduld spielen. Der Schadensmonus ist schon echt gut. Sehr schön. Na, komm. Schieß deine nächste Kanone ab. Aua. Oh, das ist zu dicht. Okay. Rein in den Rücken. Das bekommt man nicht ausgewichen. Au. Nein, das blockt er jetzt. Mist. Okay, 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 okay. Alter, was? Was? Ah, nicht gut. Hat er gerade kein Dingens aktiv. Aber wir haben es geschafft. Okay. Zehn Sekunden, ey. Roadfit 4. Okay, cool. Ich muss sagen, das war anstrengend. Ich habe es nicht so anstrengend in Erinnerung. Vor allem von früher. Also, ich weiß nicht. War ich damals geduldiger? In dem Fall war ich damals geskillter als heute. Keine Ahnung. Aber ja, so 15 Jahre. Das ist schon eine andere Zeit. Okay, wir machen weiter. Um sich die benötigte Zeit zu verschaffen, setzt Naroku seine Sonnenfaust, also die Taioken, bei dem Werfener ein, der ihm gegenübersteht. Dann nimmt er seine Beine in die Hand und setzt sich so weit ab, wie er kann. Er sammelt ein wenig Key von allen Lebewesen auf der Erde, um einen letzten Schuss abzufeuern, in der Hoffnung, die Dinge zu wenden. Ja, ich weiß nicht. Woher? 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 Ich habe es gefunden. Ich habe es mitgebracht. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ok. Nein, ich komme der große Fuß. Das ist der Ende, Kakarot. Obwohl er wieder zurückgekehrt hat, dann ist es nicht der große星. Gehe! Ok. Ich bin der letzte Person. Nun hat er auch noch viel KraftЕbungen. Dann werden wir einen Hig восkuchen. Du bist dann auch Wegeta. Jetzt bin ich von mir. Seit wann bist du so, Vegeta? Das kommt bestimmt die ultimative Quetsche, richtig? Ja. Aua. Oh Gott. Nieh... Niiigiri tsbashite ya, naaa! Neaaah! Gyaaaah! Hahaha! Seis zei kuruしんで shi né! Ima noe zuiぶun koneg oれた yo da na! Idiiaga a? Ehehe? Naika iajar na? warte mal spielen wir jetzt mit nein okay ist ja erst mal die story von goku deswegen macht das hat keinen sinn der auf den richtigen moment für den angriff gewartet hat springt hervor und schneidet den werfen schwanz von vegeta ab wie geht er wird wieder normal so gut ist doch außer gefecht gesetzt und weder krill noch zum go anhaben selbst gegen den schwächsten vegeta eine chance so gut ruft klin an seine seite und vertraut dem genkidama an es bleibt nur noch auf eine lücke zu warten um sie einzusetzen so gut es ist so gut Ich bin der Mann, der Mann. Ich bin der Mann. Was? Das ist so ein Verletziger. Ich bin der Mann, der Mann. Was? Das Verletziger. Das ist so ein Verletziger. Sportlich. Und tschüss. Äh, whoops. Moment, dieser Übergang kam... Weird. Vegeta überlebt die Genkidama. Durch das Licht von Vegetas keinem, äh, kleinem falschen Mond verwandelt sich Son Gohan in ein Wehrerfahr und bringt ihn weiter in Bedrängnis. Krillin steht kurz davor, Vegeta zu erledigen, aber Son Goku sagt ihm, dass er ihn gehen lassen soll. Son Goku sagt ihm das hängt nach. Er knappt den Tod anrondender Vegeta, verlässt die Erde. Nachdem sie jetzt vom Planeten Namek erfahren haben, glauben Krillin, Son Gohan und Bulma, dass es dort einen neuen Satz Dragon Balls gibt. Da Son Goku mehr Zeit braucht, um wieder zu Kräften zu kommen, rechnen die drei ohne ihn zum Planeten Namek auf. Okay, damit ist die Saiyajin-Saga abgeschlossen. Und wir haben Yajirobi freigeschalten. Wir nutzen definierte Kampf, 2D-Schnitte, Son Goku Saga Saiyajin-Ark-Fotosammlung. Okay, cool. Und nochmal extra Kohle. Uiuiuiui, Son Goku Saga, Son Goku Saga. Ja, okay, es funktioniert ja halt ein bisschen anders, ja. Zusammenfassung, man kann auch die Details aktivieren. Ja, okay, ich sehe schon. Möglichkeit, Episodenkarte mit R2. Ah, hier ist es mit diesen Wegen. Überlebe eine gewisse Zeit. Ach so. Ah, ich finde es ein bisschen langsam, muss ich sagen, hier zwischen diese Dinger zu switchen. Aber ich finde es generell trotzdem mal irgendwie ganz cool gemacht. Aber ja, es ist langsam. Vielleicht kommt da noch ein bisschen Performance mit einem der künftigen Patches. Das würde ich mir wünschen. Oh. Auch hier gibt es eine mehrere Optionsgeschichte. Hm. Episodenkarte. Ah, ja. Ah, okay, hier kann man das doch mal einsehen. Okay, cool. Genau, das da ist dann zusammen mit Piccolo dann. Ja, da müssen wir nochmal irgendwie schauen. Aber erstmal will ich mal ganz normal die komplette What-If-Geschichten mal abfrühstücken. Das würde ich mir auf jeden Fall so wünschen. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zurück. Ich will mal ganz kurz gucken. Story-Karte, Vegeta, Goku, Schwarz. Warum? Habt ihr nicht Black genannt? So wie es auch im Anime, wie es im Manga und überall ist. Weezy, Piccolo, Gohan, Vegeta, Sokoku. Okay. Ich kriege da Intro. So, Kreis gedrückt halten. Oh, ja. Okay. Kampf und Training. Super Training, Weltturnier. Es dürfte alles nochmal interessant werden. So, Herausforderung. Da ist ein Ausrufezeichen hinter. Wir sehen, OSB-Fehle. Gucken wir uns mal noch diese zusätzlichen Dinge an. Belohnung annehmen. Benutzt das von Goku im Kampf fünfmal. Ja. Einsteiger Titel sammeln. Achso, man sammelt hier noch so Titel. Sayajin der Erde. Das ist wahrscheinlich für Online-Kämpfe. Man kann auch gleich alle gleichzeitig annehmen. Was vielleicht gar nicht so falsch ist. Okay. So, Goku sieh früher Silber. Krallensilber. Super Angreifer-Titel. Okay, okay, okay. Irgendwie ist das noch nicht ganz richtig. Abwehrmeister, Key-Auflademeister. Ja, okay. Okay. Interesting. Also, hier kann man so Titel und noch ein bisschen zusätzlich Geld abgrasen. So, wie ist es Markenheftchen? Mal gucken, was wir hier haben. Offline-Kämpfe spielen dreimal. Ja, das haben wir ja schon mal. Erziele den Sieg in Son Goku Saga zehnmal. Ja, da müsste ich wahrscheinlich noch die andere Geschichtenstange noch abschließen. Mal gucken. Gerne, offline-Ultimative. Aber es wird mit Sicherheit auch was im Bereich online geben. Und das wäre natürlich ein bisschen unangenehm. Spezial-Finisher-Mission. Okay, ich sehe bis jetzt nichts, was irgendwie drauf schließen lässt, dass das online ist. Dragon Ball Shenlong. Oh. Okay, cool. Direkt, weil ich mal hin erst. Dragon Ball Zeno-Missionen freigeschalten. Oh, Mann. Okay, cool. Ja, gönnen wir uns hier. Ein Stern, du Engenball. Juhu. Oh, ist jetzt die Frage, für welchen? Jo. Laden und Anpassungen. Laden. Anpassen. So, was habe ich hier im Laden? Na, Kampfangriff 1. Senkt die Aufladezeit für Schlagangriffe und Ansturmketten. Ah. Das ist jetzt die Frage, gilt das auch für die Story oder ist das nur, wenn man PvP macht? Okay. Wir werden hier gerade ganz viel gespoilert. Okay. Oh, Lone Wolf. Let's go. Okay, das hat was für den Computer zu tun. Okay. Ja, gut. Darum kümmern wir uns mal später. Spielerkarte. Das ist quasi das, was man bei mir dann wahrscheinlich sieht, wenn man online spielt. Ja, Stufe 2, genau. Ranglisten-Spieler. Ja, okay. Das war ja irgendwie klar. Guck, frühe Erfahrung. Drei Sterne. Hm. Spielzeit jederzeit. Episodenkampf. Lieblingsmodus. Hintergrund. Und Lieblingskarte Namek? Ich komme da jetzt gerade erst hin, aber ist okay. Cool. So. Ah ja, Lieblingscharakterer. Hm. Titel bearbeiten. Ja, immer ruhig. Spielzeit. Äh. Braucht irgendwie was hier zwischen? Aber ist okay. Episodenkampf. Ja, Episodenkampf war schon cool. Hintergrund, Lieblingskarte. Namek, offenes Feld, Bergland, Stadt. Ist irgendwie so wild. Oh, Insel klingt vielleicht noch ganz nice. Inselnabend. Hintergrund. Okay. Cool. Weltbibliothek. Oh. Willkommen in der Weltbibliothek. Hier kannst du online gepostete Kämpfe spielen. Finde Kämpfe, die dir gefallen und entdecke verschiedene Spielweisen. Wenn ein von dir geposteter Kampf oft gespielt wird oder viele Likes erhält, kann er es in die Ranglisten schaffen. Hohe Ränge deiner Kämpfe bringen dir mit Untertitel und Meisterstufen ein. Post Wiederholungen von Kämpfen, die du anderen präsentieren möchtest. Nach dem Kampf kannst du Wiederholungen deiner Wahl speichern und posten. Gespeicherte Wiederholungen können zu einem späteren Zeitpunkt gepostet werden. Benutze die Suchfunktion, um Kämpfe zu finden, die du spielen möchtest. Suche nach Text oder Spiele, äh, nach Lieblingskranktieren oder sieh dir an, was Spieler, denen du folgst, gepostet haben. Okay, interessant. Aber online habe ich jetzt eigentlich nicht so Lust. Bonuskämpfe, benutze definierte Kampfmodus, Weltbibliothek, Okay. Ne, dann gehen wir mal wieder raus. Eine Spielerkarte bearbeitet, Mission abgeschlossen. Okay, auf. So, dann kommen wir direkt zum Bildschirm für Titelbildschirm, okay. Ja, gut. Na gut. Aber wie ich sage, an dieser Stelle machen wir dabei im nächsten Mal weiter. Ich danke dir für's Hinschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung. BR 2018